Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Deadly Premonition. Ja, irgendwie doch ein bisschen langsam, fast schon totgeglaubt, kommt es jetzt doch endlich mal nochmal. Hier in diesem Samstag eine Stunde. Mal gucken, ob wir die eine Stunde wirklich voll kriegen oder nicht. Und, ähm, ja, das interessiert ja kein Mensch. Drücken Sie die Eingabetaste. Mal ganz kurz was anderes gucken. Das war ein bisschen unterschiedlich. Ah, cool, das sieht man jetzt hier mal. Das sieht man bei diesem Spiel, bei sonst keinem. Naja. Fragen wir gar nicht erst weiter. Wir laden jetzt natürlich den einen alten Spielstand. Und gucken uns an, was in der Zwischenzeit so story-technisch passiert ist. Also, willst du wissen, was es gibt, was es gibt, um Diane zu wissen? Mr. York, Nick ist weg. Warte! Sie ist noch nicht so. Stopp da, Nick. Du bist unter Arrest für den getroffenen Verlust von Diane Ames. Emily, hurry! You save my life. No need to thank me for that. I'm pretty useless. I couldn't save Becky. I couldn't save Diane. Wir waren durch die Hintertür reingekommen. Ich entsinne mich. Kleiner Verbandskasten. 9 bis 13 Uhr essen gehen. Ich glaube, das erledigen wir mal. Oh Gott, diese Steuerung. Wenn ich etwas nicht vermisst habe, dann ist die Steuerung dieses Spiels Nein. Wirst du wirklich Harry besuchen? Ich weiß wirklich nicht, was du dir in seiner Zeit dabei denkst. Weißt du, Thomas ist noch immer weg. Was soll er zum Mittagessen? Warum kochst du uns nicht was? Ich? Na schön, ich werde es versuchen. Ich habe gedacht, dass wir ins Essen essen haben, aber... ...sind wir Leitungen haben, habe ich uns Essen gemacht. Was ist mit dem Gesicht? Ich denke, dass mein Kuchen heute ziemlich gut ist. Okay, gut. Eine stückliche Krise. Was soll ich tun, Zack? Ich könnte nicht ein Wunderchef wie Thomas sein, ... aber ich habe jeden Tag praktisch. Also? Komm schon, erzähl mir das direkt. Emily? Ja? Was? Ich ging mal in das Seuere nach einer Investigation. Okay, stopp da einfach. Okay. Heute ist es ein schöner, klarer Tag. Ideal zum Spazierengehen. Da haben wir das abgehakt. Hm. Eigentlich wollte ich gucken, was ich an Nebenmissionen machen kann. Aber... ... Harry zu besuchen ist natürlich auch noch eine Option, die wir uns nicht auf Dauer entgehen lassen sollten. Und wir haben bisher noch nie am richtigen Nachtleben teilgenommen, sprich sind in die Kneipen gegangen. Richtig. Außer einmal für, ähm... ... 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 Zack, we can take a rest if you're tired. Mmm. Machen wir uns ganz durch Schärme auf dem Weg. Den Weg zu Harry müssen wir etwa in der Stadt vorbei und ähm, können wir uns natürlich auch ein bisschen umschauen, ob wir hier irgendwas finden. Wir kamen uns gerade Gwent entgegen. Oh, Gina. Dass sie die Hose vorne schon auf hat, finde ich eng. Hallo Süßer. Du hast diesen gemeinten Mörder geschnappt, nicht wahr? Dann hast du jetzt das sicher Zeit für ein bisschen Spaß. Ist dann jetzt eher schwul als übertrieben sexy weiblich, aber hey! Uh-huh. Uh-huh. So, jetzt geht er nochmal. So, probieren wir uns noch einmal aus. Jetzt kommt Gina. Probieren wir bei der kaufen aus und wenn gleich der andere nochmal kommt, probieren wir ähm. Hallo Süßer. Sag mal Bescheid, wenn ich anfangen soll zu pumpen. Sag mal Bescheid, wenn ich anfangen soll zu pumpen. Ähm. Hm. Es fehlt nur noch Cheese My Cherry Pie im Hintergrund. Auch wann es dafür doch ein bisschen armselig war. Ähm. Egal. Hm. 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 Ich will diese Nebenmission Nummer 33 endlich mal machen. Okay, es kommt nochmal Gina und dann geben wir es jetzt auf. Es kostet das jetzt nur unnötig viel Zeit. Einen Moment mal gerade bitte. Aha. So, da bin ich nochmal. Ah. Smartphones. Die Geisel der Menschheit. Haha. Warte. Nee. Nein. Ich habe alles auf E gedrückt anstatt auf R. Ach, egal. Dann lassen wir diese grauenvolle Zähne ein weiteres Mal über uns ergehen. So, vielleicht kommt ja jetzt doch noch einmal Raging Bull. Jawohl, da haben wir. Und bei ihm haben wir ja nämlich das Reden noch nicht probiert. Bäh. Hey, wenn du was wissen willst, dann bringen wir ein paar Ben Franklins. Ich glaube, das haben wir zu diesem Story-Zeitpunkt zur Genüge ausgeschöpft. Wollen wir mal Richtung Schrottplatz? Ja, Herr General. Aha, da sind sie ja. Sie kommen wie gerufen, mein Sohn. Glauben Sie, Sie kommen damit klar? Mein Junge, machen Sie Witze? Was wollen Sie schon wieder? Ja, du sagst, dass es noch mehr Raum gibt, um mein Auto zu customisieren. Ah, ja, ich habe. Ich denke, dein Gas Tank kann mit einem Bösen, nicht du? Ein größer Tank würde sagen, dass du mit einem Fill-Up kannst. Das wäre toll. In welchen Fall, du musst eine Scrap Tank finden. Ich denke, es ist eine... ...Around N5. Okay. Nummer 42, der Benzintunk. Start! Nein, wir wollen jetzt nicht die Liste gucken. Wir wollen es gleich erledigen. N5. Huh! Was da hinten? Da ist ja schon der Benzintunk. Was wollen Sie denn schon wieder? Haben Sie gewonnen, was Sie brauchen? Das ist es. Das ist es. Das will save your life someday, son. General. Imbecile. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist meine letzte Geschichte. Das ist meine letzte Geschichte für Sie. Das ist mit den Flüchten. Das war Club. Das war auf dich. Das war auf unsere Hände. Aber ich habe wissen, was Sana den Wasser geklob. Aber ich bin auf der Boden. I woke my throat was moist I saw another man collapsed at my side there were spots of water by his feet From the look of things he brought water to me cupped in his hands making trip after trip to the river Who was it sergeant Timothy That crybaby Timothy He was dead Shot by the enemy Later, I won battle after battle. I guess luck was on my side as well. Before I knew it, I was promoted to general. But in my heart, there was a hole. A gaping hole. I believe I died that day on the battlefield. I died with Crybaby Timothy. Anyway, that's my last war story for you. Time for your final customization. That explains why he's wearing a sergeant's badge on him. Time kept flowing for him. And he kept moving up in rank. But inside of him, time stopped a long time ago. We didn't get any info out of him about the raincoat killer. At least his war story solved one of the mysteries of this town. Let's leave him alone. I doubt he knows anything about the case at hand. Alright, so. Vor allemal müssten wir jetzt unser Auto kaufen können. So, Carmen, GT, von Diane, Carol, Thomas, Asher, Kaysen. Keith, Lily, Nick, Quint, Richard. Leuchtig nah. Na ja, dann fahren wir jetzt mal zu... ...uhm... 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 ... Wir können noch eine Nebenmission machen. Wie gesagt, ich würde gerne dieses Spiel... 100% kriegen wir es schon nicht mehr durch, dazu haben wir einen Fehler gemacht. Hey Sigourney. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Mein Pott, es wird kalt. Bitte, lass uns gehen. Ja, okay. Ich muss erst die Pott kennen. Das ist richtig, jetzt schnell! Mein Pott wird kalt. Zack, das ist alles vergessen, um den Pott besser zu kennen. Machen wir alles nur, um diesen Topf besser kennen zu lernen. Klar. Logisch. Das ist nicht gut. Es verliert mehr und mehr von der Wärmung. At this rate, my Pott is going to get cold. Hurry! Hurry! Step on it! Why do you have to drive so safely? Can't you see my Pott is getting cold? Drive so safely. Ich geb doch schon alles. Immer mit der Ruhe, Sigourney. Ich geb doch schon alles. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Es verliert mehr und mehr von der Wärmung. At this rate, mein Pott wird kalt. Hurry! Hurry! Step on it! Why do you have to drive so safely? Can't you see my Pott is getting cold? Why aren't we there yet? Could you step on it? If we go this slow, my Pott is going to get cold. So, jetzt aber. Ich bin noch drum herum gefahren. Wie blöd. Oh. Thanks to you, my Pott is still warm. I did my best. So, does the Pott have anything to say? Why don't you ask yourself? Well? Do you hear it? No, I don't. I'm surprised. You're a lot more hard-headed than I thought. I used to be a teacher, you know. That's when I realized the truth of the pot. Standing at the front of a class and looking at all those students. It's like looking into a pot full of different ingredients. A pot in a classroom? I don't get it. In fact, I think I'm getting farther away from understanding. Well, that's a shame. But don't give up. You're a person that can taste the different ingredients. Listen carefully. The best stew is one with plenty of different ingredients in it. Oh my! My Pott is getting cold again. Did you have to talk so long? Oh. chili! Let's get so much food from going along with my gingerbread. Oh my I mean this it's just an interesting pitch. Oh god! Oh. Let's see what was going on with this dude! Oh my God! To be something we threw? Oh god! Oh god! That's all! It was okay so much food to be where weара to making it! I feel like англий inverted, joking. Oh god! Cool! Oh god! Sometimes like to meet. die steuerung von dem ort ist noch noch schlimmer wie das der an wie das normalen streifenwagens die steuerung ist wirklich aus der hölle harrys landssitz mr. francis york morgan final you have arrived you are welcome to come inside man weiß nie was einen noch so erwartet bei deadly premonition mr. francis york morgan mr. stewart has been waiting for you to the meeting room you the meeting room is through here please be kind be sincere mhm yes das sollte es zu mr. stewart gehen gut aufgepasst er will dich sehen verschiebe es aber nicht auf morgen das brächtet dir nur leid und sorgen bis alles nötige gesagt werde ich die vordertür verschließen fahrt zunger oder schlaf dich plagt wird uns was unser ist kannst du genießen sind von den vielen partituren sind nur diese drei aufgeschrieben wenn harry das getan hat muss es etwas bestimmtes bedeuten und dann Zack, etwas ist immer noch missbraucht. Wir brauchen mehr Beispiele. Nun von Nummer 6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Please have some tea while it is hot. Too much coffee for your body will make it rot. You seem well prepared. Almost as though you knew I would be coming today. Mr. Stewart is particular about the best timing for all things. Now please, drink some tea and enjoy the good health it brings. I'm sorry, Harry, but I just don't like tea. Mr. Francis York Moore, some tea with sugar is what's best admired by your body that looks so tired, so says Mr. Stewart. Okay, er will uns ganz einfach dazu bringen, den Tee und vor allem die Zuckerdose zu öffnen. Also sollten wir ihm den Gefallen einfach tun. Aha. Harry, wo hast du diese Zuckerdose bekommen? Mr. Francis York Moore, those seeds were found in our town in a certain specific place. Mr. Francis York Moore, those seeds were found in our town in a certain specific place. space. Come back to me and we shall talk to you, after you find that certain place. So says Mr. Stewart. Oh, okay. I mean, we ain't got to start to play games. Mr. Francis York Moore, a hint for you to find this location. It is most crowded and most quiet, and gives a cold a sensation. Mr. Francis York Moore, a hint for you to find this location. So says Mr. Stewart. Mr. Stewart. Mr. Stewart. All right. So you're not going to talk unless I find this certain place. So you're not going to talk unless I find this certain place. I'll play a little. Come back to you. Zack, lasst das Trezure-Hunt beginnen. Es ist ein sehr kaltes Ort, und es ist sehr kalt da. Hast du es herausgestellt, Zack? Es muss die Graveyard sein. Es gibt viele Leute da, aber niemand kann es sprechen. Du siehst? Also, lasst uns in die Graveyard gehen. Hallo? So, where shall we go next? So, der Schmerz ist. Bis zum nächsten Mal. da oben ist glaube ich wo es reingeht direkt direkt am friedhof rauskommen ja ich würde sagen zum friedhof wo wir auf dem weg dorthin sind jetzt ist Harry said it's crowded and quiet hey Brian Agent. Mr. Agent. How are you? Oh, not bad. I'm, uh, just playing a little game with Harry. Game? A game? Is that fun? We've only just started, Brian. The fun is about to begin. I'd like to ask you something, actually. Is there a tree in the graveyard that drops red seeds? Seeds? Red seeds? That? That tree does. And that one. And that one too. All red seeds. Grün-Tomaten is not that, what I'm looking for. But we're going to be able to speed up. And you'll notice that we're already in a different world. Oh, nice shot. Oh, come on. Oh, ma'klaaar. Das war jetzt so klar. Oh. Oh. Ähm. Oh, nee, 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 nee. Ähm. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das nenne ich knapp. Ja, das hoffe ich für Harry auch. Aber diese Seine, die sind hier, unter meinem Nose. Es ist als ob ich ein Bottle von Wasser aufzunehmen während ich in der Pool bin. Wir lernen die countryside-Version von Common Sense the hard way, Zack. Okay. 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 So. ich muss jetzt schon noch mal außenrum zurück da kommt mir gerade eine idee so das gleich mit jetzt nix zurück wie zum auto und dann zu Harry zack if you notice anything just stop und dann So, wenn ich jetzt mal noch den Umrechenfaktor von Yards in Meilen und dann Zentimeter und Meter kennen würde. Auf jeden Fall weiß ich, dass ein Yard gar nicht so viel sind. Zack, wir können einen Rest nehmen, wenn du dich schuldig bist. Ja, nein, ich bin ja gar nicht so umgedeckt. So. Dann gehen wir da mal rein. Gehen wir rein. So. Kartoffeln stillen, die tun wir ein wenig. So, dann auch hier nochmal speichern. Das hat man ja eben doch schon mal. Ah, jetzt rätst du nicht in die Richtung. Nummer 14, 23 und 26. 14, 3 und 6. Kann man so müde sein. Oh, scheiße. Ah. So, rüber zur Führung. So, führzehn. So, rüber zur Führung. 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 So, die Kurzanbindung jetzt mal freigeschaltet. Oh, wow. Well, Harry, turns out what you said was true, and I'd like to hear more. York, as you know, there's a powerful mystery surrounding these seeds. You've seen them at those other murders that took place elsewhere. And you've seen them deeply involved with the murders in this town as well. That's right. But how do you know all this? York, you must be younger than you look. Youngsters tend to hurry so much that they let things slip right past them. What you need to do is slow this down a bit. That way you'll see what's really important. Okay. Let me tell you a story. Fifty years ago, when the war was over, just about when the communist red started to become a rising threat, our town constructed a huge clock tower. Then, soon afterwards, a serial killer wearing a red raincoat went on a killing spree. The legend of the raincoat killer? Okay. Stop playing games with me, Harry. That's nothing more than folklore. The FBI has no such record of a multiple homicide case in this town. York, Anna, Becky, and now Diane. Their deaths are real, not folklore, not legend. The raincoat killer is also real. But under a strict gag order, the mass murder case was never made public. In fact, one could say that it was completely erased from history. Tell me, who do you think would be able to do something like that? The military. Very good. A moral student. But if there are no records about it, then how do you know it really happened? Good question, York. Why would I know this? The answer is very simple. I was there. I saw it with my own eyes. The brutal killer himself. But we can talk about the details of that encounter another time. What we need to talk about is your raincoat killer. The new raincoat killer, if you will. The new raincoat killer. Yes, let's call him that. After all, he's not the real one. What you want to know more about is the new one. Between ten and twenty years ago, I noticed that these red seeds were special. And someone else did too. The human imagination can lead to tragedy sometimes. Someone linked the red seeds to the serial killer legend and said, If you eat the red seeds and then kill someone, you will become immortal. This new fabricated legend was passed on from one to the next. Evolving and changing every time like a rumor. Some may have actually taken the seeds to try them out. To prove the legend there is. York, the red seeds you have found from those other murders. They all came from this town together with that one evil rumor. People on the other side of the planet may have heard of it by now. And no seeds might be growing in different parts of the world. So you're saying that the series of cases I've been following are all linked to this town. That's interesting, Harry. But there's no evidence to support that story. None of the criminals we caught for the other murders ever mentioned anything like that. It's your job and your role and duty to look into that, York. Now, the game must go on. You know I said that the incident fifty years ago was totally erased. Well, not quite. Records still exist in the sheriff's office. The old sheriff back then hated the military and did his own investigation. I need you to bring those documents here to me. Once you've done that, I'll tell you everything I know. Okay, it's worth a look. And we may as well let the old man have fun. Let's play deadly premonition. Let's play deadly premonition. Let's play deadly premonition. Und, uh, ja. Wir speichern noch ganz kurz ab. Dass wir dann aber nichts verlieren. Aber gucken uns doch die Katzen, Katz ihn an. So. Let's play along with the old man for a little longer, shall we? Zack, that means we need to head for the sheriff's department. Joa, da war da irgendwo noch ein Telefon. Da. Verborgene Erinnerungen. Und damit würde ich sagen, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Replika666.